Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also, count. Okay, and also count. Got it, thanks, Tom. A lot of points. Come on, let's do it. One, two, three, four, five, six, seven, eight, six, nine, ten, and up to two, for example, for the first week of training on Monday. So, the second week on Monday, we can do it like this. We put the bands together. Oh, I'm done. We can do it in a part together. This week. We can do it together. It's much fun. And this time in the ground again. We are going down. Okay. All the time for the exercise. Okay. Okay. All the time for the exercise. Okay. 30 seconds. One minute. You can see. Okay. Okay. Are you ready? Okay. 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 Choose it. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. In this position. Here's a snake. 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 Es ist nicht normal. Walroth. Because here is too hard for the children. It's too hard. Yeah, so. It's here. And now we walk like a lion. Here. The hands, we turn around inside. And I said that we have to do exercise all on this side. Because the next week we can do all this exercise all around the mat. The children can do all directions and keep bumping together in different ways. The third day of the training in the week is Friday. And we will do, we say, the Japanese warming up. So first we do... So, first we do all this. We will do three, four exercise. Like this. Let's go. So... Just... Give me a step. And this. It's positioned. Like this. And here is one line. And... From here. So, once again. Okay. And so, hintereinander sich handstellen. Then, jede Reihe. Mach them. Yeah. Okay. Now, this is the first part. Just lay there. The second part is... The first children in the line do exercise like uncomfortable. It's okay, very hard. Okay. Like this. It's straight. When I go this side, it needs to go there. Here. Here. Okay. They need to... Okay. So, we will try it. The first... No, sitere. Sitere. Okay. Just the first... 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 On the line. We say... All the sides where the toes. So... The same as the linear. All the sides. Yeah. This is plain. Three. Okay. But slowly. If you can jump like this, you jump like this. Okay? First... Okay. First... First... Okay? Nice. Sie sehen nur eine Teil meiner Arbeit, nicht alle meine Bewegungen. Jetzt will ich die erste Technik zeigen. Bitte gehen Sie. Wenn ich ihn hier ziehe, und wenn ich das mache, kann ich nicht gut sein. Weil ich kann sehen, dass mein Bein ist nicht hier. Weil er ist leicht. Also, der Ucke muss sich helfen und mit mir cooperateieren. So, wenn ich ihn oder sie ziehe, muss ich sein. Und stark. Ich ziehe ihn. Meine Hände gehen in die Hände. Strong. Ich muss mich schmerzen. Mein Schulter. Ich muss seine Schulter touchieren. Und ich gehe runter. Meine Hände müssen länger als seine. Strong arm. Und ich schaue auf meinem Leere leg. Und ich lege ihn oder sie auf. Es ist wirklich schwer zu erreichen, bei den Kindern. Weil sie so machen. Es ist ein volles Kontakt. Und jetzt kann ich das. Ich schlaue nun mal wieder. Und ich schlaue nun mal wieder. Genau. Und ich komme hier wieder. Ich schlaue das. Ich schlaue das. Ich schlaue das. Ich schlaue das. Es ist nicht schwer. Nicht gut. Und ich schlaue das. Was ist das? Die Cadets sind dann, sie verabschieden. Aber wir müssen lange, nicht nur kurz. Denn in Statistik, in unserem Club, alle gute Kinder, die guter Runders gemacht haben, sie waren explosiv, stark, alles, sie verabschieden. Sie sind nicht mehr hier. Dann, all die Zeit, wir müssen, auf unsere Knie zu gehen, und seine Leger bewegen. Das ist falsch. Weil der Partner noch stehen. Der Partner muss nach Anka kommen. Sie muss nach Anka kommen. Sie muss nach Anka kommen. Hier. Jetzt können wir mehr Bewegungen und gute Techniken machen. So, danke. Ich kann denken. So, ich pull, turn around und legge up. Und wenn ich das so mache, sie kann die Sleeve und hier die Rebellen. die Sie müssen zu erzählen. Wir müssen sie das von der Beginn. Die Grip, especially in den neuen Regeln, ist wirklich wichtig. Und wenn sie die Kinder sind, wenn sie klein sind, sie können in in die gute Techniken und auch die Techniken machen. Also, die Techniken machen. Die Grip. Und wenn ich die Lege auf der Seite auf der Oppenerns der Lege in dieser Position. nicht hier. Ich bin zu weit. Ich bin zu weit. Ich bin zu viel. Hier. Ich muss hier und hier. Und hier. Ich muss hier und hier. die Mache. Ich muss hier nicht auf der Belle. Ja? Aber hier. Also, diese Part ist gut für die Grip. Just hier. Without die für die Beginn. Hier. 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 Ich will auch die Kinder die die hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Ich muss diese die Mache. Ich muss auf die Diagonal. Hier. Ich kann nicht so starken Eppon. Die stärkste ist wenn ich hier. 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 Ich kann es Hier. Nein. Es ist nicht so stark. Ich gehe hier. Ich gehe auf diese Linie. Streich. Streich. Hier. ich Ich gehe auf meine Mund. Streich. Hier. Wir machen ein bisschen Karate. Okay? Ich gehe hier. Ich gehe auf meine Mund. So, starken auf. Als hoch wie Sie können. Okay? Up. Up. Es ist nicht so stark. No. Kossa. Ja. Sieheln. Sorry. Sieheln. Die Power machen ein bisschen Gras. Ja. Es ist fest und precise. Ja. Wir bekommen bessere Beschleunigung mit den Beinen. Sorry. Bei Schaukeln. Die Kinder schaukeln. Ich habe das auch gesehen. Es ist stark und fast und dynamic. Hier ist ein Hammer. Ja. Hammer ist heavy, small. Ja. Ja. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Ja. Es ist wichtig. Aber nachher werden wir die Power machen. Es ist wichtig. Ja. Und dann. Und die Kinder, sie wirklich lieben zu stecken. Und dann hier. Die Hände ist alle anderen müssen zusammen sein. Close. Ja. Close. Ja. Up. Und die Hände muss bleiben up. Ich weiß, für die Kinder, es ist schwierig, zu Beginn, zu stehen auf einer Hände. Aber wir müssen beginnen. Ja. Erst, wir teachen Normal, dass sie stecken, aber später wir müssen das Teil ausatogadien. Es ist wichtig. Das ist wichtig. vor, auf. Es geht einfach nach vorne. Wie Sie Es ist nicht die Technik selbst. Okay. Die Kinder vielleicht machen. Oh, warum ich muss Das war die Kinder. Aber jetzt sage ich, Anka, fühlst du diese Sleeve stark. Hier stark. Und denkst du, was du tun? Du musst deine Mouth coveren. Okay. Okay, wir coveren die Mouth, aber die Hände sind immer zurück. Und ich denke, die Legge ist in die Hammer-Position. Jetzt sage ich, Anka, aber, change die Legge. Don't use it like a hammer. Okay? Okay, now, wir haben das zweite Problem. Und ich bin auch soft. Ich bin nicht stark und stark. Ich bin nicht schade, was du tun? Aber ich verabschiede die Mouth. Ich lege auch meine Hand ab, damit sie sie sehen kann. Ja, das ist gut. Wenn es nicht funktioniert, ich als Trainer helfe mit meiner Hand, hebe ich dann auch sie ein bisschen ab, damit sie besser fühlen kann. Äh, Arm, sorry. Ja, das ist hart. Meine Arm ist hier. Und sie braucht gut zu touchen. Okay. Ja, ja. Dann in Randoli, we miss. Ja? Because we used to do a little step without the power. Und dann, we can do, with the long step, we can do a good technique for Trola. Ja, ja. Also, der Partner bleibt nur stehen. Vor Uchimata. Ja. Tatsächlich, nicht mit dem Partner, aber auch seine Orientierung, dass sein Yudoka vor Uchimata steht, und sie macht die Übung. Ja, ja. In dieser Weise, we can do position and preparation for Uchimata for the teacher. She just gave the children one lesson. And all children throw Uchimata. we didn't understand her, but after we asked her. Also, habt ihr verstanden. Sie haben eine japanische Trainerin seit fünf Jahren im Verein. Und in ihren Trainingsmethoden, sie hat die Kinder Uchimata so kindisch gelernt, nicht mit der Absicht, wirklich die Kinder lernen, dass sie mit Uchimata werfen. Aber am Ende, die Kinder haben sehr oft geworfen. und dann alle Leute vom Verein haben gesagt, oh, wie das jetzt ihr gelungen ist. Sie hat das tatsächlich nicht trainiert, aber es hat funktioniert. Ja. Das ist das Wichtige. After, it comes everything by themselves. Später, kommt sich alles von sich selber. So, we will just, just, I will just hold the anchor for balance. Like, the children need someone for balance because it's hard to stand on one leg. Yeah. So. ... ... ...